Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu jQuery. Heute geht es um CSS und zwar CSS möchte ich natürlich dynamisch verändern mit meinem jQuery Skript hier was ich schon benutze die ganze Zeit. Das heißt wir wollen sagen wir mal dynamisch die Farbe von unserem Text verändern oder keine Ahnung was auch immer ihr wollt und das ist so einfach, dass ich wirklich wahrscheinlich wieder nur ein sehr kurzes Video mache, aber ich möchte wie gesagt immer noch die Themen voneinander trennen. Deswegen werden die Videos jetzt hier leider sehr kurz, weil einfach jQuery alles so einfach macht. Wunderbar. Wir haben hier schon mal einen Testparagrafen und diesen Testparagrafen wollen wir jetzt verändern. Sagen wir mal wir wollen die Schriftfarbe ändern. Dann sagen wir einfach Dollar von this Punkt und hier hinten dran kommt jetzt einfach die wunderbare Funktion Punkt CSS. Das ist alles was wir brauchen. Das ist die Funktion die wir aufrufen. Einfach hier reinschreiben welches Attribut ihr verändern wollt. Also zum Beispiel Color und dann sagen wir hier was ihr darauf haben wollt. Das heißt zum Beispiel die Farbe Rot. Und schon wenn ihr da drauf klickt auf dieses Punkt Test. Wie gesagt ihr müsst nicht immer eine Klickfunktion machen. Ich möchte euch nur zeigen wie das dann so vorher aussieht, nachher aussieht, dass man auch wirklich was sehen kann. Ihr könnt das Ganze auch machen wenn das Document ready ist und dann einfach das ganze Skript laufen lassen. Das funktioniert genauso. Aber ja, so finde ich es irgendwie sinnvoller. Okay, also wir haben, oh Gott, das lädt lange. Eigentlich sollte der Locals nicht so lange laden. Naja, mein PC scheint gerade ein bisschen zu viel Last zu haben. So, wenn wir drauf klicken sehen wir schon, das wird einfach nur rot. Und das ist alles. Ja, so easy ist das. Das heißt, so könnt ihr tatsächlich CSS Attribute verändern. Jetzt noch einen kleinen Trick, wie man diese Dinger, also man bräuchte ja für mehrere CSS Attribute dann auch mehrere Zeilen Code. Das ist ein bisschen umständlich. Deswegen hat man sich gedacht, hey, wir machen es uns noch einfacher. Und man glaubt es gar nicht, aber sie haben es tatsächlich hingekriegt. Man macht einfach geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu und dann kann man hier, normalerweise macht man dann ein Enter rein. Und dann kann man hier reinschreiben, ich möchte verändern Color. Und zwar, wie möchte ich es verändern? Ich möchte sie rot haben. Hinten dran ein Komma, nächste Zeile. Ich möchte verändern. Font-Size. Und wie möchte ich sie verändern? Doppelpunkt. Ich möchte sie large haben. Und hinter das letzte braucht ihr kein Komma zu setzen. Das ist völlig in Ordnung. Hier könnt ihr auch was anderes reinschreiben. Keine Ahnung. Bytes nur ein Beispiel. Wenn wir das hier so machen und draufklicken, dann wird plötzlich unser Paragraph größer und er wird rot. Davor war er klein und schwarz. Jetzt wird er größer und wird rot von der Farbe. Wunderbar. Das heißt, einfach hier so viele Zeilen, wie ihr wollt, immer mit einem Komma getrennt und das letzte, wie gesagt, kein Komma. Und schon könnt ihr mehrere CSS-Attribute in nur einem einzigen Aufruf ändern. Sehr, sehr praktisch. Kann ich nur empfehlen. Für CSS-Klassen haben sie sich tatsächlich nochmal was Eigenes ausgedacht. Und das wollte ich eigentlich in einem separaten Video machen, aber das kann man ruhig hier noch reinpacken. Hört ja irgendwie zusammen. CSS und Klassen hängt sehr stark miteinander zusammen. Wir können Klassen hier einfach anhängen und löschen, gerade so wie wir lustig sind. Das heißt, wir können sagen, zum Beispiel Dollar von, ähm, von, von, von. Machen wir hier tatsächlich mal von dem H1 die Klasse Test raus. Und jetzt wollen wir hier unten bei dem H1 diese Klasse Test reinhauen. Das heißt, wir sagen H1 wird genommen und bekommt eine Klasse. Und zwar die Klasse, also Punkt Add Class. Und wie soll die Klasse heißen? Naja, wir nennen sie einfach mal Test. Denn das ist ja die Klasse, die wir hier oben schon benutzt haben. So, damit wir auch sehen können, dass diese Klasse tatsächlich hinzugefügt wurde, wechsle ich mal ganz kurz in mein Style Sheet und packe hier was für die Klasse rein. Punkt Test. Und sagen wir hier einfach mal, die Farbe von dem Ding ist rot. Gut, ähm, dann haben wir standardmäßig unseren Paragrafen P auf rot gesetzt. Und diese Überschrift hier wird getriggert. Das heißt, wenn wir auf den Paragrafen Test draufklicken, dann wird die Überschrift auch eine Testklasse bekommen. Also hier vorne, als hätten wir Class gleich Test hingeschrieben. Und das über diesen Aufruf hier. Das heißt, ich kann es hier einfach mal aktualisieren. Er ist von Anfang an rot. Wenn ich draufklicke, wird plötzlich auch die Überschrift rot. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich die CSS-Eigenschaft verändert habe, sondern es liegt daran, dass ich diesem Ding hier eine Klasse zugewiesen habe. Und zwar die Klasse Test. So, jetzt möchte ich das aber vielleicht nicht mehr so haben und möchte sie wieder weg haben. Ähm, dann sagen wir mal, die Klasse ist schon vorher da. Und jetzt möchte ich diese Klasse aber löschen, weil mir diese rote Überschrift dynamisch dem User vielleicht nicht gefällt. Und wenn er dann draufklickt, dann soll diese Klasse weg. Das heißt, wir machen hier einfach einen List draus. Und die Funktion, die wir brauchen, heißt Remove Class. Wer hätte es gedacht? Sehr intuitiv, wie ich finde. Achtet darauf, dass hier allerdings kein Punkt dabei ist. Da muss einfach nur der Name der Klasse tatsächlich rein. Also hier vorne brauchen wir den Punkt, also Punkt Test. Aber hier hinten dran brauchen wir keinen Punkt bei der Klasse. So, und dann habe ich einfach folgende Möglichkeit. Das heißt, hier am Anfang, wenn ich die Seite lade, das ist, das gehört zur Klasse Test. Wenn ich draufklicke, gehört es plötzlich nicht mehr zur Klasse Test und wird dynamisch erneuert, sodass es einfach keine Klasse mehr hat. Ich kann so viele Klassen hinzufügen, wie ich möchte. Ich kann sie sogar, und das ist noch viel geiler, wie ich finde, ich kann sie sogar toggeln. Toggle Class Test. So, jetzt muss ich allerdings hier H1 wieder reinschreiben. Warum muss ich das machen? Naja, sonst ist es ein bisschen bescheuert, denn wenn ich hier diese Klasse wegschmeiße, dann fehlt auch die Punkt-Klick-Funktion. Und das heißt, ich kann meine Klasse auch nicht mehr zurücksetzen. Das heißt, wenn ich jetzt auf den Paragrafen hier draufklicke, dann wird meine Überschrift einmal zur Klasse gehören, dann wieder nicht zur Klasse gehören, je nachdem, was es davor war. Also, am Anfang ist meine Überschrift rot und jetzt muss ich nur irgendwo draufklicken und die Überschrift gehört nicht mehr zur Klasse. Das heißt, sie hat die Klasse Test nicht mehr. Wenn ich wieder draufklicke, hat sie die Klasse Test wieder und so weiter und so fort. Achtung, jetzt kann ich eben hier nicht mehr draufklicken. Ah, doch, ich kann. Perfekt. Das heißt, es funktioniert sogar so. Ich kann einfach überall draufklicken, wo die Klasse Test am Anfang verfügbar war. Und ja, ich kann sozusagen diese Klasse hin und her schalten. Also, an, aus, an, aus. Und das ist ziemlich praktisch, wenn ich zum Beispiel, denkt an YouTube, die haben so einen Player, der größer wird, kleiner wird. Da hat es dann logischerweise auch verschiedene Klassen und die muss man irgendwie ja auch triggern können. Und dazu ist sowas zum Beispiel sehr praktisch. Wunderbar. Das war's zu CSS und zu jQuery. Mal gucken, ob wir dann noch irgendwie was anderes machen. Wir werden wahrscheinlich noch was anderes machen müssen, denn wir wollen ja Eigenschaften nicht einfach so an und aus, sondern wir wollen sie möglichst mit einem Überlauf haben. Und das ist dann eine Animation und dazu kommen wir dann in Kürze. Wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.